Super! Jetzt rümpft er im Schneckentempo am Abendieren. Das ist ja überhaupt nichts mehr. Ich weiß nicht, ich wollte mich nicht mehr so. Das ist noch viel schlechter. Da war ich schon abends. Wollt ihr in 41 schon? Das ist über 20. Das ist toll, die Anzeige. Das ist schön. Gut! Ich bin jetzt mit dem Kollegen. Los, aber da gehst du schon. Und die Traum. Also da habe ich schon mal ein Punkt. Ich habe nichts anderes. Der hat uns immer ein Baby gekauft. Ich bin erwachsen, oder ist er gut? Ich glaube, hier haben wir mehr Milch zu finanzieren. Ich glaube, ihr Milch geht. Ja. 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 21. 21. Ja gut! Ja gut!